Und willkommen im nächsten Match, das Dreiländer-Eck gegen Reaper und Lanty, die sich zusammen mal zusammengetan haben als Challenge gegen, wie gesagt, das Dreiländer-Eck. Ich will immer Dreiländer-Dreieck sagen, aber doch was Dummes, ey. Was ist denn, was ist denn Map? Die habe ich mir ausgesucht als Challenge hier und ich bin so gespannt, weil ich die so als Do & Do zu selten gesehen habe, wie das jetzt hier wird bei den beiden Teams. Also der Reaper und der Lanty zusammen, die sind also von links, hier der Lanty mit den Sowjets gewohnt, äh, der Reaper gewohnt, Sowjets, Entschuldigung, in lila unterwegs, das ist normalerweise Lanty seine Farbe. Sehr oft gewesen und, äh, Lanty haben wir hier unten links kann man vorstellen, dass er mit Alliierten diesmal auch unterwegs ist. Gegen Oli, der rechts unten positioniert ist, mit den Alliierten, und rechts oben den ReCore auch mit den Alliierten. Die beiden jetzt gegen, äh, Lanty und Reaper. Und ich habe soweit mitbekommen, dass sie ziemlich gut klarkommen, also gerade die neuen Spiele, der ReCore und der Oli, die sind ja sehr neu bei uns in der Community, relativ neu, wir haben mittlerweile auch schon fast alt eingesessen. Ähm, die beginnen ja auch mit der Season 6 hier anzuspielen bei uns in der Einzelliga. Und beim Oli weiß ich mit, äh, ziemlicher Sicherheit, dass der richtig stark unterwegs ist. Also, müssen die beiden schon aufpassen. Strategisch sehen wir hier auch, wie er sich hier schon macht, sichert hier die Brücken, damit er Bescheid weiß, ob Lanty rüberkommt. Auch das Fronting hier vom ReCore ist auch sehr, sehr gut. Hat das eben so gemacht, die Übergänge schon mal abgeseilt. Und, äh, da kommt auch ein Reaper gerade nicht durch. Zum Scouten. Aber schon mal scoutfeindlich eingestellt. So, die Wetten sind online, meine Lieben. Tatsächlich, Chili, ich sehe es, sonst muss man nochmal neu connecten, dann siehst du das vielleicht. Und wir gucken mal rein, wer wie geht. Die strategische Position von Reaper auf der linken oberen Position ist besser als Sowjet, ähm, weil man nicht zu sehr mit den Kreuzern nachher zu kämpfen hat. Wobei, Kreuzer würden hier auch sehr, sehr schwer durchkommen. Wenn Lanty seinen Job hier ordentlich macht, ja, dann kann er das nämlich dicht halten. Die Frage ist nur, ähm, wie gewitzt ist Ricor und kommt hier, äh, zum Zuge hier zum Beispiel ein Bauhof hinzustellen, um hier einen Hafen hinzustellen, dann wird es hier sehr, sehr schwierig. Ich könnte mir das vorstellen, dass er das machen könnte. Und auch sogar vielleicht erreicht. Aber ob es deren Strategie ist, das weiß ich nicht. Kann leider nicht hell sehen. Das hatte ich schon längst heute mal Lottenschein ausgefüllt und wer, äh, ja, demnächst nicht mehr hier. Ein-Raf-Strategie. Ich weiß jetzt nicht, mit welchen Regeln die spielen. Ob die mit, äh, 2. Liga-Regeln spielen, das weiß ich nicht. Ob die mit einem weiteren Bauhof hier, äh, direkt agieren, das habe ich jetzt eben nicht gefragt. Denn die Tu-Regeln besagen, innerhalb der Cooldown-Zeit darf der zweite MBF nicht rauskommen. Aber es wirkt so. Weil ich jetzt noch nicht das Red-Feld wirklich gesehen habe. Das hier mit der zweiten Liga-Regeln. Er ist auch ein gutes Training. Einfach mal so eine Schellation-Tu-Tu zu machen. Oh. Was ist das Problem jetzt bei vier Spielern auf dieser Map? Ressourcen. Ihr kennt, die, äh, Erz-Felder sind verdammt schnell leergefarmt. Reaper gut im Fokus aufgrund seiner zweiten Raft und auch den grünen Bau eines zweiten Sammlers. Ähm, Lanti hat da oben jetzt auch eine Raft gebaut. Baut sich auch nochmal übrigens weiter. Genauso wie Oli, der hat sogar bei der dritten Raft jetzt sogar. Und Rikor auch zwei Rafts. Ich denke mal, die dritte. Äh, die muss man mit viel Abstand bauen. Äh, das ist schon fast zu eng. Äh, besser wäre hier gewesen. Dann hast du hier nämlich so guten Radius. Dann lutscht man das nicht mit zwei hier so schnell leer. Dann regeneriert sich das so ein bisschen. Das habe ich bei einigen Spielern schon sehr, sehr gut gesehen. Lanti hat ein bisschen zu viel Luft. Wobei, er arbeitet hier mit zwei Sammler. Das ist auch okay an der Ecke hier. Und hier geht das eigentlich auch. Sogar der zweite Sammler noch kommt. Ja, er schattet sich jetzt von der Mitte ab. Also keiner von beiden hat sich getraut. Oli braucht es nicht mehr machen. Wir haben es ja schon sehr oft in einem Match gesehen, wo einfach ein Spieler, der hier unten gestartet ist, einfach rübergefahren ist, die Brücken hier zerstört hat, aber zumindest die Mitte mit Ressourcen hatte. Wobei die ja sehr, sehr, sehr selten genutzt werden. Beim Reaper fehlt so ein bisschen die Expansion hier rüber. Geht aber dafür sehr stark hier auf die Mix. Lanti geht auf die Sicht. Sehr früh. Heißt, man kann es schon erwarten. Denk mal, dass hier die Mix sehr früh fliegen werden. Das Fronten vom Rico aktuell noch relativ unspektakulär. Geht eher auf Ressourcensaving. Fängt jetzt an, hier zu produzieren. Oli geht auf Narwal. Ja, da muss man früh anfangen. Und dann kann er die Wasserhoheit hier links. Und das ist sehr, sehr wichtig. Wenn sie nämlich die Wasserhoheit hier gewinnen, durch Oli hier, durch seine Taktik, dass er jetzt hier nicht anfängt, mit Wassereinheiten zu kommen. Dann ist das Ding eigentlich fast im Sack. Und noch fieser wäre sogar, das habe ich bei einem anderen Spieler auch nochmal gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Er hat beim Gegner sogar alle Brücken kaputt gemacht, dass er eigentlich nicht rauskam hier aus, innerhalb der Cooldown-Zeit. Da könnten die auch machen. Oli könnte hier nämlich dran vorbeifahren. Noch ist Cooldown-Zeit vier Minuten. Und dann hier. Ne? Ah, kam jetzt nicht. Das ist so ein tricky Move auf ein Fieser-Move. Aber Möglichkeit besteht. Kann ich nur empfehlen. Also ich habe bei einem Spieler eine mega geile Aktion von ihm gewesen. Er war die Brücken komplett. Er war die Spieler zerstört. Das war hart. Achtung. Er weiß Bescheid, der Rekord. Da kommen jetzt sechs Stück schon. Oh. Oh. Das ist nicht gut vom Rekord. Hat aber nochmal aufgepasst, der Reaper. Ehrlich? Richtig gut aufgepasst vom Reaper. Da kann er sich glücklich schätzen, der Rekord. Einfach mal abstellen, dann nehmen. Hat er wahrscheinlich den Scouten irgendwo dahin bewegt. Ziemlich hart plädiert. Musst jetzt auf ein Rap-Feld. So. Hier unten wird es interessant. Ja, kommt Lanti jetzt. Der Lanti braucht jetzt Kohle, um dagegen zu halten. Und sogar noch einen zweiten Affen, damit er Pilzpick hat. Ah, es passiert nichts. Noch nicht. Er macht nur den Weg frei. Er hat auf jeden Fall die Überhand, wenn es in Wassereinheiten geht. Was ich geil finde, Olli, hier unten massiv Wasser. Hier oben, der Kontrahent. Massiv hier mit Mix unterwegs. Rico macht es schon mal dicht. Kommt nochmal mit dem Schützen raus. Aber zum Scouting. Da fasst alle Brückenteile kaputt. Die Sammler müssen jetzt korrigiert werden. Zwischendurch müssen die korrigiert werden. Die müssen jetzt hier hin und auf die Rap zugeordnet werden. Einer zumindest. Der auf diese hier sind die Wege zu lang. Oh, oh. Da gibt es gleich eine gelbe. Klopp. Doppel. Das ist aber auch nicht locker hier unten. Ich meine, der zerstört sich hier selber unten, ne? Und jetzt hier Landi nochmal oben drauf. Der Gesser. Ja, da gemeckte Ali. Oh, 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 oh. Wir haben ein bisschen Semi. Ja, ich glaube, die kennen so die Map noch nicht so richtig. vom Olli ein Spion unterwegs. Mal sehen, ob Landi das auffällt. Kann er ja nicht viel gegen machen. Landi in Orange zu sehen, das ist... Äh... Das ist aber hin und her. Also, in letzter Zeit hat er, glaube ich, auch mit Orange gespielt. Ich kenne ihn immer so mit typisch Lila unterwegs. Weil ich glaube, Lila von allen Farben hier aus dem Game am besten finde. Ich sage aber auch, warum. Nicht, weil ich Lila an sich mag, sondern die Grafiken, die Gebäudedesigns richtig gut zur Geltung kommen. In Rot, ne? Achtung, die Mixer dort unterwegs. Jetzt dürfen sie loslegen. Mal sehen, worauf. Korrigierte Flugrude oder direkt rein? Weil da unten ist aktuell nix. Er schiebt sie sogar noch über die Zerstörer. Auf den Bauhof. Jawohl. Kam der Ersatzbauhof raus? Der zweite? Nein. Er ist jetzt gleich auf die Waffenfabrik. Sehr früh. Und hier unten Olli jetzt rein. Oben macht sich Rico auch schon bereit. Gut gemacht von Olli. Hat den Lanty direkt zurückgedrängt. Und hier oben drängt Rico sich schon auf. Lanty kommt über die Mitte. Reaper fliegt schon mal. Er muss aber aufpassen, dass er nicht wieder knapp über die Zerstörer rüber geht. Oh, jetzt hat er getriggert. So, wir gucken beim Reaper. Machenfabrik im Fokus. Oh. Das haben sie zu wenige. Er sollte 7, 8 sollte er schon bauen. Mit 6 kommt er da nicht klar. 2 sollte er nochmal oben drauf. Und Lanty geht das Risiko ein. Olli kommt ganz schön mit Druck rein. Hat ein bisschen noch mit dem NPC zu kämpfen. Lanty nutzt das ein bisschen aus. Und macht die Enge jetzt dicht. Ja, da muss Lanty aber ganz schön was aushalten jetzt. Olli ist nicht zu unterschätzen. Aber ihm fehlen auch wieder massig Einheiten und Kohle vor allen Dingen. Reaper ist der Einzige, der die ganze Zeit ordentlich Kohle immer hat. Aber macht doch zu wenig. Kaum es sitzt hier. Ja, Olli. Langsam kriegt Lanty ein bisschen Muffelsausen. Ja, noch ein paar Panzer. Oh, da kann er noch mal Verstärkung. Noch mehr Pressing. Vico bleibt noch ganz still. Ja, ich denke mal Olli will sich erst mal Lanty vorklöpfen. Mit ordentlich Druck kann er das noch schaffen. Aber Olli hat jetzt auch schon wieder Geldsorgen. Lanty ebenso. Bis auf den letzten Mann wird hier gekämpft. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da kommt jetzt der Teampartner hier mit den schweren Panzern. Zu spät, Mainz erachtens nach. Aber auch Glück für Lanty, dass Olli gerade die Stärke flöten geht. Probieren wir uns noch mal die Mammon-Panzer hier vom NPC. Der NPC schiebt mich. Oh, Olli zieht sich erst mal zurück. Lanty jetzt in Offensive. Mit Reaper. Jetzt haben sie es auf Olli abgesehen. Lanty hat auch sehr gut und nicht mehr weit auf Nawal gesetzt. Aber auch jetzt das Problem für Reaper und für Lanty durch die Enge zu kommen. Da muss Verstärkung kommen. Das reicht nicht. Waffenverbrauch ist zumindest down. Oh, jetzt verzettelt sich Olli da. Schwierig. Ah, die kommen da zu gut durch. Immer noch genug. Und gerade mit den drei schweren Panzern im Fokusfeuer ganz, ganz schwierig. Ja, die wollen auf die Waffenfabrik. Weil neuer Bauhof ist noch nicht raus. Ah, Lanty. Sauber. Gut, das Schachzug für meine Rico kamen zu spät. Noch mit einer Verstärkung. Versuch's noch. Hat ja zu kämpfen mit den NPCs. der Olli ist strategisch mit Panzern raus. Kein Bauhof. Keine Waffenfabrik mehr. Da haben sie Olli jetzt ein Bein schon mal recycelt. Jetzt kommt noch mal der Reaper. Ah, der fliegt immer über die Zerstörer. Das ist ärgerlich. Worauf? Auf Gesicht. Sehr schön. Was macht Olli? Der kann jetzt nur noch ein bisschen Kohle sammeln. Und viele Rockets bauen. Aber zwei Kasellen hat er. Und mit denen versuchen. Nein, er versucht's noch mal hier mit seinem Panzer die ja noch an die wenigen. Rico sollte vielleicht einfach mal nachkommen. Weil das könnte sich wieder ausgleichen, wenn die Lanti jetzt rausnehmen. Weil Lanti hat nicht so viel da. Achtung. Reaper kommt mit Verstärkung. Da oben Dauergefecht hier. Da konnte ich schon fast gar nicht mehr heben, weil sich das einfach halten wird hier. Es geht darum, Lanti hier unten zu helfen, was das kommt mir alleine auch nicht klar. Da kommen noch mal Zerstörer schön da durch. Rico müsste mit der Verstärkung kommen, damit sie Lanti rausnehmen. Aber aktuell tut er das noch nicht. jetzt kommt die Verstärkung mit ein paar Panzern. könnte noch mal nachkommen, einfach durchfahren, gar nicht von den NPCs beeindrucken lassen und nicht aufhalten lassen. Einfach weiter. Ja, jetzt kommt er. Zusammen kriegen die das hier hin. vor allem, wenn er hier die Brücken zerstört, der Olli. Sollte jetzt noch schon auf die Brücke gehen. Dann kommt da der Reaper nicht mehr mit Verstärkung nach. ein gutes Teamplay jetzt von Rico und von Olli. Ja, Brücke zerstört, Verstärkung kann nicht mehr nachkommen. Lanti ist geliefert auf dem Serviertablett, aber Achtung, Reaper kämpft sich hier langsam auch oben durch. Lanti mit Ersatzbauhof hier oben. Jetzt wollen die Bauhof nach oben gefahren. rechtzeitig noch. Wirklich noch echt rechtzeitig. Ah, ist ein spannendes Tu und Tu. Wirklich sehr, sehr spannend. Die strategische Inhalte hier. Komm auch noch mal mit Wasserverstärkung. Olli auch noch mal. Rico macht die Mülle jetzt. Klar, Schiff oder was? Hä, warum die im Lanti nicht raus? Ja, nee, da oben. Der ist durch. Der ist durch, der Reaper. Oh, oh, der nimmt den das hinter den Recall hier rauf und ich glaube, der hat auch noch keinen Ersatzbauhof. Doch, da unten. Hat der. Er muss halten hier. Ah, das Tech-Zentrum. Ärgerlich. Lass er darüber nach hinbekommen. Sauber. Hier einfach dicht halten. Reicht schon aus. Ja, Reaper hat jetzt geschnuppert. Er weiß, er kommt da oben vielleicht durch. Lieber einfach oben nochmal, aber Rico hat wirklich Masse an Panzern. Und jetzt zusammen versuchen hier den Lanti erstmal rauszunehmen. Kommt nicht viel Backup. Nur Geld. Lanti kann sich da oben wieder aufbauen. Hä? Warum zerstört denn Lanti sein eigenes Radar? Habe ich irgendwie, habe ich irgendwas nicht im Fokus? Ich bin gerade ein bisschen perplex. Aber ich bin nicht farbenblind? Ja, aber der Spion hindert die jetzt auch nicht mehr dran. Also Lanti kämpft ja ums nackte Überleben. Da ist ja jede Sicht jetzt gerade willkommen. Müsste eigentlich noch Sicht gehabt haben. Trotzdem. Ein Spion kam. Doch, es kam der Spion von drüben. Den hat er ja rübergejagt hier, der Olli. Vorhin. Innerhalb der Cooldownzeit. Ja, aber jetzt fehlt Lanti halt so ein bisschen Kohle. Versucht hier nochmal was reinzukriegen. Hier hat er auch zwar zwei Sammler, aber zu weite Wege. Zwei Waffenfabriken. Und Rico und Olli machen nochmal zusammen die Ladung hier unten. Voll und jagen die nach oben. Weiß ich nicht. Dass er beide einfach weggenommen hat. Also das ist muss eigentlich nicht sein. Aber hier nochmal Drop. Das reicht auch für das Deckzentrum. Jetzt ist ein Bunker. Deckzentrum down. Sehr gut gemacht. Vom Reaper. Kein Backup. Heißt auch keine Sicht. Ja, noch keine Kreuzer. Tester, hast du vollkommen recht. Wir sehen hier noch gar keine Kreuzer. Oh, Chefkoch. Vielen Dank. für dein Abo, für den Resub vierter Monat. Beförderung zu Oberfeldgebels. Hm. Ja, schwierig. Die müssten eigentlich Land hier jetzt mal raus. Aber sie tun da noch nichts für. Genau, und rauszunehmen. Kesseln ihn nur ein. Ja, hier versuchen sie Land hier so ein bisschen über die Küste. Oben macht sich Reaper wieder bereit. Und Reaper hat das Potenzial mit der Stärke den Reco hier rauszunehmen. Sehr, sehr ausgeglichen das Match. Bisher immer noch ein großes Fragezeichen warum die Land hier da unten immer noch stehen lassen. Ja, ich denke mal das liegt einfach daran dass der Kollege Olli keine Panzer mehr nachbauen kann. Oh, Kreuzer. Bin ich blind? Kreuzer beim Rico, ja. Aber Olli nicht. Okay, hier. In jedem Fall ich versuch's nochmal. der Reaper durchzukommen. Wieder mit dem Direktmove. Oder ein Bauhof ist ja unten noch. Er muss jetzt durchfahren. Er hat den Speed gerade drauf. Olli versucht beim Reaper reinzukommen. Fahr los. Ich glaub das ist ja Pathfinding Probleme. Boah, die geben sich ja gar nicht so ey. Wahnsinn. No, Rico muss Bammel haben um den hier. Ah, die Bälder. Die Bälder. Die paar kommen gar nicht so weit. Olli stickelt nochmal. Kommunikation ist das A und O. Wenn man richtig kommuniziert kann man wirklich echt viel erreichen. Die Team Play. Dann zieht er nochmal ein paar Panzer durch. Weil wohin? Entweder als Verstärkung rüber. Ja, mit welchem Mittel passiert hier noch ordentlich was rein. Okay. Wie das knallt, ne? Hm. Schau mal auf die Map, bitte. Da ist nicht mehr viel. Das sieht aus wie... Boah. Ja, doch. Nachbauen kann er sie. Aber nutzt das nicht. Ich glaube, so viele Rockets haben wir da drüben auch gar nicht. Ja, die Sicht. Land hier hat ja das Tech-Zentrum... Ach, da hat er wieder neu gebaut. Ja, teuer sind die Mix auch. Das darf man auch nicht vergessen. Aber... Sie könnten damit noch was erreichen. Mit Tech und Mix. Guck mal hier. Die hat er wieder nachgebaut. Da auch. Ja, weil der Bauhof halt noch existent ist. Aber die hat ein Problem. Bauhof fehlt. Und in vielen Spielen, wenn man die Mix einigermaßen zur Kontrolle hat, dann haben sie nur Vorteile. An welchem Bauhof? Da. Das ist ja nur noch ein Bauhof, glaube ich, im Game. Ne, ich bin ein Partner. Schau mal noch mal. Er kriegt auch nicht. Merkt er nicht. Ist doch mal der Kono obendrauf. Ja, sie spielen jetzt echt Taktik. Das ist so, es ist Micromanagement hier. Aber die müssen die Waffenfabriken hier noch rausnehmen. Und jetzt kommen die Mix. Ja. Er will die Waffenfabriken rausnehmen. Jetzt muss er aufpassen, dass der Bauhof rauskommt. Dann haben sie Rekord und Olli so gut wie safe. Ja, und die Mix machen sich auf den Weg. Lost in Space. Sorry. Es ist nicht das erste Mal. Der Kono-Panzer ist gut. Der ist gut. Der ist richtig gut. Die Mix, die kamen, ja, zwei kamen noch zurück mit korrigierter Flugbrude. Das ist ärgerlich. Ja, mit dem kannst du nur von hinten jetzt auch angreifen. Ja, versucht jetzt ein bisschen Distanz zu wahren. Ja, guck mal, hier, die kann ja auch neben mir. Da sind Rockets. Ja. Ja, hol ihn vom Berg. Ja, der Bauhof dürfte hier, Riko hat auch vor allen Dingen richtig Kohle. Also der Bauhof dürfte hier gleich nochmal rauskommen. Das Waffenfabriken ist zwar down. Da ist der Bauhof. Ähm. Ja. Haben wir hier irgendwie noch was zum Erd sammeln? Nö. Die Insel ist lost. Das wird schwierig. The Reaper und Elanti. So, jetzt korrigierte Flugroute. Äh, er muss dringend, dringend die rausnehmen. Da sind auch genau... Ja, er macht da richtig, der Riko. Sehr schön. Baut die Rockets. Die holt die gleich wieder nach. Doch, ist doch ein Bauhof. Es ist egal, die Werkstatt braucht man nicht. Die hat er, die hat er ja da oben, ne? Die hat er ja gebaut gehabt. Ähm. Sobald beide Waffenfabriken raus sind und gar keine mehr da ist, denn, äh, und keine Rep, dann brauchst du sie auf jeden Fall nochmal die Rep. Und ich meine, ja, dass der ja noch nachgebaut hatte. Oder sogar vielleicht eine Waffenfabrik permanent behalten hatte. Also sozusagen gespeichert den Baummodi. Äh, Baummodi. Ja. Also, ist jetzt, äh, sehr gechillt zwischen den beiden. Die müssen wirklich mit kleinen Taktiken kommen jetzt. Und mit dem Mix brauchen wir ja gar nicht mehr kommen. Vielleicht zur Ableckung gleichzeitig Kronopanzer. Ja. Wie geht denn Land hier hin? Aktuell noch keine weiteren Kronopanzer. Sind ja auch schweineteuer. Also, es kann eigentlich alles nur noch aus Sicht von Rico passieren. Aus Team Olli Rico aus Sicht. Olli ist nur noch auf Rockets angewiesen. Ja, da kam gerade der Bau. Nochmal der Drop. Jo. Ach, war gut gekommen. Rechtzeitig noch geschafft. Und hier oben aus könnte man den noch locker angreifen. Ja, jetzt hat er, äh, hat er gehört. Hehehehe. Hehehe. 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 Hey, dann muss er viel weiter defensiver stecken. Ja, wobei... Hast du ja eben gesehen, einfach rumfliegen geht das. Gut einmal verstreut hat er gemerkt. War ein guter Move eben. Noch rechtzeitig ab, äh, äh, den Drop von er gebracht. Aber die haben auch echt Glück gehabt, dass wir noch am Überleben waren. So, Oli ist sold out. Hat er das verkauft. Ich weiß nicht, ob er die alle jetzt zusammenbringt. Hecke schon. Na ja. Sollen sie mal alle Schiffe oben an die Küste bringen, hier hin, die sie haben. Er hier mit seinen ganzen Infanteristen, weil die Mammuts tun den Infanteristen nicht so viel. Von hier unten rein, gleichzeitig Rico oben, dann haben die das Ding in den Sack. Nein. Guck mal an. Ah, kann sich hier wieder aufbauen. Haben Bauhof bekommen. Ja, jetzt ist klar, wo sich das hin entwickelt. Jetzt ist klar, wo sich das hin entwickelt. Also, 28 Minuten haben die noch Zeit. Oli baut sich jetzt wieder erneut auf. Ressourcen hat er noch satt, kann er hier noch fahren. Nee, 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 nee. So hauen die die nicht weg. Glaubt mal. Also ihr denkt, dass die so weghauen. Erstmal triggern die, wenn die hier lang gehen nicht so viele. Die werden das sein. Und die sind so langsam. Ja, die haben es gemerkt, dass er sich wieder aufbaut. Scheiße, er braucht das Geld, um die RAF zu bauen. Damit er gleich wieder retten kann. Ist gleich weg. Da kommt gleich noch was. Ah, sauber. Genau. Aber er braucht die RAF. Sauber gemacht. Gleich noch mal gereppt. Und jetzt löst er halt die RAF erneut aus zum Bau. Er hat noch Sammlerche überall stehen. Da. Jagt die schon hoch. Hier auch. Gib ihn. Oli hat wieder die Chance, wieder reinzukommen. Und Rico zu helfen, hier zu gewinnen. Das wird schwierig. Und jetzt hau alle Sammler hier rüber. Hier rüber. Alle. Er muss sie manuell hier, sonst fahren die woanders hin. Die fahren an diesen kleinen Kleckerdinger. Ah, macht er jetzt auch. Das könnte jetzt hier für Oli wieder Back in Space bedeuten. Ah, echt Glück gehabt. Rico sammelt sich oben. Reaper auch. Und Oli zieht ein Teil wieder zurück, um hier zu deffen. Das ist gut. Vor allem, wenn sie hier durchfliegen. Lati probiert es nochmal. Oh, 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 oh. Kein Problem für Oli. Sagt er so. So ein Match habe ich noch nicht gesehen, Leute. So ein Match habe ich nicht. Da habe ich das alles richtig gemacht, dass wir die Nervous System heute mal spielen. Besonderer Challenge. Ja, jetzt kann er wieder erneut einen MBF bauen. Kohle dürfte reinkommen. Er hat noch nicht so viele losgeschickt, aber er ist gebunden an diese Ressourcen. Rico ist gleich leer gelotscht. Er muss das Beste draus machen. Man hält noch die Mitte. Da hat sich noch keiner getraut, die Verteidigung hier rauszunehmen. Ich hab das Beste, die Verteidigung über den Weg erwartet. Da kann er sich noch nicht gut machen. Ich hab das Beste, die Verteidigung über den Weg aus der Welt. Wenn ich auf die Mitte ist. Du hast Beste, die Verteidigung über den Weg aus der Welt. Ich hab das Besteidigung über den Weg aus der Welt. Irgendwas Chroniges war unterwegs. Habt ihr was gesehen? Oh, ich hab nicht lange gehört. Wieder ein Chronopatzer. Ah, die Brücken. Ja, er macht die Brücken jetzt kaputt. Ah, macht er clever. Oh nein. Oh, hat der Glück. Der muss hier schnell rüber. Der muss irgendwie schnell ein paar Zerstörer dahin bringen. Die letzte Brücke. Es reicht schon, wenn er hier ein paar Patzer stehen lässt. Die Sammler kommen. Ich glaube, die Sammler kommen dazwischen durch. Ich weiß es nicht, ob die Breitgenau ist. Oh nein, das schafft er. Das schafft er. Oh! Guter Move vom Lanty. Sauber gemacht. Jetzt hängt die Sammler. Jetzt müssen die wieder klarkommen. Zu früh gefreut. Einfach zu früh gefreut. Eieiei, das ist echt auf einem hohen Niveau hier von den Handsätzen her. Ey, richtig gut. Ja, und es ist eigentlich auch clever, dass die beiden mal ein bisschen versuchen, nach vorne zu kommen. Die haben es eigentlich im Sack. Nach der Aktion jetzt. Die Lanty hier gerade eben gebracht hat. Weil Olli kommt jetzt auch nur sehr, sehr schwer an Ressourcen. Nur wenn er das hier sich frei macht. Und hier drüben hinfährt mit dem nächsten Bauhof. Dann könnte er das schaffen. Mal sehen, ob er da gleich drauf kommt. Da ist der Bauhof. Da muss er noch rüberfahren. Dann kann er hier ganz gemütlich rüberfahren hier. Dahin. Und er muss auch die Gebäude mal von Lanty rausnehmen hier. Noch 22 halben Minuten gleich. 23. Hier sind so viele Ressourcen noch. Lass sie sich darum noch nicht prügeln. Wo macht er denn noch was kaputt? Hä? Ich höre hier irgendwas. Wo ist Olli hier? Der sich selber kaputt macht. Okay. Da unten. Okay. Ist hier doch mal so schlecht. Ja, Lanty macht aber jetzt nichts mit dem. Ein Gebäude hat er jetzt zerstört. Kein weiteres. Ja, so ein bisschen in der Mitte. Kann er fischen gehen. Aber die Mammuts hauern auch ganz schön rein. Irgendwo ein Latein am Ende. Ich weiß nicht, warum er nicht hier rüberfährt. Er hat ja auch nicht versucht, alles rauszunehmen, damit sie die Insel für sich haben. Es hilft nur für Olli, Bauhof rüber. Zellen neu aufbauen. So. Rüber da. Kohle kriegen für eine RAF. Weiter drüben sammeln. Möglichkeiten hätte er. Klar hat Olli hier an der Küste komplett Sicht. Er sieht da. Und er hat auch Sicht komplett wieder. Tech-Zentrum steht ja schon seit längerem wieder. Also die haben komplett Sicht. Die haben richtig Sicht. Ja, ich guck mal. Das müsste sogar... Nee, ist auch nicht ganz... Aber das erkundet hat er. Und er weiß, dass Land hier eigentlich nicht mehr so richtig vorhanden ist. Er war vorhin hier schon einmal drüben, ein bisschen rüber gesetzt. Hat aber die Gebäude nicht rübergenommen. Das wundert für mich so. Ich würde mal sagen, so bei 15 Minuten würde ich auch nervös werden. Dann würde ich noch ein bisschen anschieben. Lati probiert es nochmal über die Mitte. Ja, die wollen die Mitte öffnen. Zu viele Verluste. Oh, Lati hat sich im Moment schieben. Ich fahre nach rechts jetzt rein. Über Ricor. Ricor schickt auch ein Teil schon von oben rechts hin. Achtung. Mix fliegen. Auf den Hafen. Weil der Kreuzer hier ordentlich mal das schon macht. Lati ist durch. Oli kommt hinterher. Mit einem Teil. Mal sehen, was Lati draus macht. Wenn Lati 1 kann, ist das Fokusfeier. Einmal im Kreisfahren würde ich, glaube ich, ziemlich verwirren, wenn Lati jetzt einfach nach oben rechts fährt. Ja, jetzt vorbei. Oli jagt die von hinten. Ricor kommt von oben. Ja, sie lenken die beiden ein bisschen ab. Kann sein, dass er hier jetzt permanent fliegt. Da sind die Mix schon wieder unterwegs und bleiben aber bei dem Mix mal dran. Dann holen sie sich die Kreuzer aus dem Krott. Ja, die behauptet sich so ein bisschen. Ja, und der Reaper kann einfach nur dicht halten. Der hat so viel Kohle, aber er macht zu wenig. Was ist da bei Reaper los? Riecht nur, ne? Da habe ich vorher noch, so anfangs der Cooldown-Zeit gesagt, wenn man das ganz früh macht, dann hat man hier einen richtigen Vorteil. Er kam ein bisschen zu spät mit der Idee, der Rikor. So, Lati versucht hier ein bisschen zu halten. Ja, Rikor macht jetzt einfach dicht. Ja, kann sein, dass er vielleicht ein bisschen zurückhält. Dann würde ich aber nochmal zwei Mix mehr bauen. Mit acht Mix bist du immer besser am Battle. Ja, das war ja strategisch wunderbar, dass Oli und Rikor hier zum Wasser herangefahren sind. Und dann haben sie sich richtig zugedrückt. Und vor allen Dingen, dass Oli hier die Brücken kaputt gemacht hat. Das hat Lanti dann ziemlich rausgenommen. Ah, den Hafen könnte rausnehmen. Herr Lanti. Das wäre noch möglich. Eckzeitraum haben sie ja auch. Hafen sollte er sehen. Wie stark lidiert sind die Panzer? Ah, das wird schwierig mit denen. Können Oli ja einen draufkriegen auf den Sack. Oli noch keine Anstand versuchen, hier rüber zu kommen. In die Mitte. Ja, da sammelt Oli jetzt schon. Ja, ist echt viel. Guck mal, kann ich ganz gemütlich hier sammeln. Da fliegt er nochmal mit dem Mix, der Reaper. 16 Minuten noch. Bauhof down. Die sind fast alle Mix noch am Leben. Was für ein Schamitzel? Oh, ich glaub nicht, ich bin die Blätter noch so lange am Leben, ey. Aber warum nimmst du sie denn noch? Er soll einfach noch stehen lassen können. Ich glaube, da hätte sie mehr Erfolg gehabt. Hat sie zu nah an den anderen geschickt. Jetzt kommt der Mix nochmal, wir bleiben mal hier. Jetzt kommt Oli hier auf den Gedanken, hier rüber zu kommen. Ja, das bringt mir jetzt auch die nötige Kohle. Ja, alle Mix verloren, aber dafür die Waffenfabrik nochmal down. Das ist auch nur noch die einzige. Web-Station ist noch da. Nachschub zur See kommt. Da oben machen die jetzt ein bisschen mobil. Naja, das sind die Sammler hier. Am Lanti. Der hat auch ein chronisches Geldproblem. Oli dürfte jetzt wieder richtig reinfinden. Der kann hier komplett expandieren wieder. Hat damit Ressourcen satt. Und können wir da Masse rein. Ob sie das noch innerhalb der 14 Minuten schaffen. Weil oben, ja, Team Reaper Lanti. Hat so gut wie keine Kohle mehr. Können sich hier nur noch von dem hier ernähren, was hier so ist. Und dort könnten sie sich auch noch ein bisschen ernähren. Problem ist hier aber die Zerstörerformen Oli. Und Oli sammelt in der Mitte schon die ganze Zeit so ein bisschen. Haben wir jetzt auch ein paar Panzer hier. Hier, Bauhof sichern. Viele Rockets entpacken. Die können auch nach vorne jagen. Achtung, jetzt probieren sie es nochmal. Lanti und Reaper. All in. Vermut' ich mal. Was für ein Gewusel. Wer wird jetzt hier die Oberhand bekommen? 13 Minuten noch. Bono-Panzer. Schön aufs Track-Zentrum. Track-Zentrum down. Kommt jetzt der Konter von Rico auch gleich. Direkt im Anschluss. Track-Trenze unsichtiger Oli. Ist gerade hochgegangen, das Textentrum. Jetzt haben die Widersicht. So gut abgelöst. Und Oli macht mobil. Yo. Er nutzt die Chance. Hat Bitterung aufgenommen. Und Sail. Sail von Lanti und von Reaper. Die Anspannung konnten sie nicht mehr ertragen. Zwölf Minuten. Zwölf Minuten. Jetzt kommt sie auch rein, die beiden. und nehmen erst mal alles raus. Das war echt ein packendes Match. schon lang. Schon lange nicht mehr so ein Tue und Tue gesehen, was so lange ging. Absolut fantastisches Spiel zwischen beiden Teams. Und man hat gesehen, dass selbst eine Kiste noch ein Match verändern kann. Ich glaube, die Kiste war auch schlaggebend, sonst hätten wir... Ich denke mal, Lanti und Reaper hätten das durchaus packen können. Aber dass Oli sich wieder zurückkämpfen konnte. Er hat einfach gewartet. Er hat nicht aufgegeben. Hat nicht einfach alles verkauft. Schickes Match. Schade, dass das kein offizielles Liga-Match mehr war. Da sind die Bobbys noch. Die ums Überleben kämpfen. So, wir holen uns die beiden Teams mal rein. Meine Lieben. Und... Kommen weiter gleich zum Programm. Hi. Das ist eh kein Liga. Hallo. War doch mal mega, oder? Auf jeden Fall. Also, ich muss sagen, geiles Game. War ein sehr schönes Match. Ich muss euch beiden aber einfach leider mitteilen. Wäre es ein offizielles Liga-Match, hättet ihr maximal einen Punkt. Ja. Sehe ich auch so. Weil... Nur als Anratung. Wenn ihr von vornherein auf Konfrontation geht, wie das bei den Schiffen unten war, und ein Schiff nachher von mir abgeschossen wird, ist jeder Abschuss eine gelbe Karte. Da müsst ihr aufpassen. Unbedingt. Bis auf diesen Patzer. Saugeiles Ding. Gut gemacht. Gut reagiert. Auch der Versuch hier alles zu verkaufen. Dadurch den neuen Baufahrzeug. Geile Sache. Geile Idee. Ist mir so auch noch nicht unter die Augen gekommen. Was soll ich sagen? Tipptopp. Ja, das unten war hässlich mit der Brücke. Ja. Da gebe ich dir recht, ja. Chris, das ist richtig. Es kommt immer drauf an, ob man es sieht oder nicht. Aber wenn meine Homeways ist, ist es halt immer so... Naja, gut. Egal, egal, egal. So geiles Ding trotzdem. Also ich fand's mega. Ich fand's total unerhalten, weil es war so krass die ganze Zeit von kleinen Entscheidungen abhängig, die das eine oder andere Mal getätigt worden sind. Und vor allem, dass Olli halt den Bauhof noch bekommen hat. Das war einfach... Gefechtsführung. Ja, ich dachte, hä, woher hat der Kunde jetzt den Bauhof schon wieder her? Also das war halt so dumm, dass ich das Rapfeld nicht baue. Ich hab's extra nach dem Rico gesagt. Weil wir eben das letzte Mal andersrum die Situation haben. Und baust dann selbst nicht. Ey, ich hätte mir so einen Arsch beißen können. Ja, vor allen Dingen, der Witz hat ja wirklich, ja, ich mit meinen, mit meinen, äh, Entschuldigung, die, 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 die... Ich leide mal raus. Mit meinen Kronopanzern schön auf den Dingern zu landen, das hat mir am besten gefallen. Zack. Ja, das war... Aber da hast du echt einen riesen Invest gemacht. Mit den Kronos. Chili, äh, hätten vielleicht, aber da hätte man nicht in Offensive gehen dürfen. Und irgendwann ist es aber dann langweilig. Und deswegen haben wir gesagt, kommt, Feuer frei, wir gehen. Oh, wupsi. Heute auf, Leute, auf uns. Ach, du Scheiße. Kater, magst du... Äh, Quatsch. Hamster, magst du mich noch bei dem, was du hier verloren hast? Um Gottes Willen. Uah, uah. Das war, das war ein bisschen was, ne? Da kommt nur ne... Ja, ich seh's grad. Auch mein Hamsterchen. Hallo. Geil, 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 geil. Upsi. Ja, Chili, Chili hätte, glaube ich, als Einzige den, den, den Pot des Unentschiedens bekommen. Ähm, ähm... Aber ich glaub, das hätte nicht gefallen. Ah, deswegen. Wenn der Kreuz hat dann... Äh, äh, ist schon echt vakabar, aber es war trotzdem geil. So, vielen Dank. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Ich werd mich... Äh, ich geh mal eben hinzu und verabschiede mich. Wir hören uns dann gleich sicherlich nochmal. Jo, ich bin raus. Alles klar. Dann, gute Nacht. Juh, nachti. Ciao, ciao.